Mit emotionalen Worten eröffnet Prinz Harry das Event, VAX Live das Konzert um die Welt zu vereinen. Bei der virtuellen Veranstaltung kämpfen prominente Stimmen für einen gleichberechtigten Zugang zu dem Covid-19-Impfstoff. Auch Herzogin Meghan ist zurück. Und wie hat sich die 39-Jährige seit dem skandalträchtigen Interview mit Oprah größtenteils aus der Öffentlichkeit herausgezogen, macht sich die Aktivistin nun stark für einen fairen Impfstoff-Zugang, insbesondere für Frauen. Dabei richtet die Hochschwangere emotionale Worte an ihre ungeborene Tochter. Mein Mann und ich sind froh, dass sie eine Tochter willkommen sind. Es ist ein Gefühl der Freude, dass wir mit Millionen anderen Familien im ganzen Welt. Wenn wir an sie denken, denken wir an alle jungen Frauen und Mädchen rund um die Welt, die die Möglichkeit und Unterstützung geben müssen, um uns weiter zu führen. Die Freude über ihr kleines Babygirl ist der Frau von Prinz Harry deutlich anzusehen. In ihrem floralen Maxikleid wiegt sie ihren Babybauch leicht hin und her. Wer sich jemals gefragt hat, woher das Wort Babyglow kommt, Herzogin Meghan zeigt diesen Wissen im vollen Maße. Kurz vor Mutterschutz haut uns die Mama von Archie also wieder einmal komplett vom Hocker. Auf Wiedersehen.